Ich finde das ist schon... Du bist jetzt schon ein bisschen geflasht, oder? Ich muss mir das schon zur Augen führen. Ich bin Spielentwickler. Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben spielen fremde Menschen, was ich gemacht habe. Willst du dir das vor Augen, weißt du? Ja. Das habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, das ist irgendwie ein Witz oder so, aber... Ich bin eine Garage-Firma. Ich bin... Ich mach da nicht so. Ist das anders? Nee, das ist schon richtig. Sei mal nicht so unernst. Fändest du das nicht geil, wenn Leute deine Produkte bestaunen könnten? Ja, aber das ist halt auch nur Klo... Klo... Putzfrau. Ja, aber allein schon zwei Leute schlagen ihren Rekord, ja? Gegenseitig und challengen sich. Grinst nicht so, Blöde. Hast du da die Kamera die ganze Zeit an? Nein! Alter! Mach die jetzt aus! Die Zuschauer denken jetzt die ganze Zeit...